Und ich kann uns alle gratulieren, vor vier Wochen haben wir die Zehntausender Marke für dieses Jahr geknackt. Das heißt, wir haben offiziell das instabilste Stromnetz aller Zeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem spannenden Folge. Marc spricht mit heute Stefan Spiegelsberger. Hallo Stefan. Servus, grüß dich. Du bist ja den Leuten bekannt mit deinem YouTube-Kanal Outdoor Chiemgauer. Ich werde ihn unten natürlich auch verlinken. Ihr müsst ihn unbedingt abonnieren. Da werdet ihr immer top informiert über Themen von Blackout bis aber auch Outdoor-Themen. Aber natürlich auch Gas, Strom etc. Was hat gerade draußen in der Welt passiert? Habe ich irgendwas vergessen, Stefan? Nee, das Wichtigste, glaube ich, war dabei. Genau. Erstmal dich kurz vorstellen, wo kommst du her? Ich denke mal, vom Dialekt hört man es schon auch aus dem Süden, genauso wie ich. Was machst du? Was ist dein Background? Und ja, natürlich, warum bist du heute hier? Über was sprechen wir denn? Also heute hier bin ich, weil du mich eingeladen hast. Also vielen Dank für die Einladung. Gerne. Komme ich natürlich gerne. Ich schaue ja deinen Kanal schon seit vielen Jahren an. Insofern freut es mich natürlich, dass wir mal gemeinsam was machen. Ich komme natürlich aus dem Kimgau, daher auch der Name Outdoor-Kimgau. Er ist in der Nähe von Kimse, wohne ich quasi. Und habe vor vier Jahren begonnen mit einem Outdoor-Kanal, daher der Name. Und dann habe ich mal wieder das Buch Blackout gelesen von Marc Elsberg. Ja. Und ich komme ja aus der Branche, ich bin gelernter Energieanlagen-Elektroniker, war zwei Jahre lang nicht mehr in der Branche tätig. Und dann habe ich mir unser Stromnetz wieder angeschaut, ob so ein Blackout eigentlich tatsächlich möglich wäre. Weil zu meiner Zeit war das eigentlich fast unmöglich. Da war unser Netz sicher. Ja, aber dann habe ich nachrecherchiert und ich war entsetzt, wie sich unser Stromnetz verändert hat. Und daraufhin gab es dann die ersten Videos in die Richtung. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Genau, ja. Also habe ich dich auch kennengelernt mit den Themen zum Thema Blackout. Da war der Kanal noch um einiges kleiner. Aber jetzt natürlich durch die aktuelle Situation, durch Energiekrise und Gefahr von Stromausfall und Blackout, bist du natürlich auch stark gewachsen und machst da wirklich Top-Arbeit. Ich kann jedem nochmal, wie gesagt, den Kanal empfehlen. Ich werde es unten verlinken. Und dahin geht jetzt auch mal die Frage an dich als Experte. Und ich hatte ja schon Herbert Sauruck da. Das Video findet ihr natürlich hier oben. Aber jetzt eine Frage an dich als Experte. Wie groß ist denn die Gefahr eines Blackouts in Deutschland? Naja, ich habe jetzt gerade meine Glaskugel in der Reinigung. Es ist natürlich schwer vorherzusagen. Dazu muss man eigentlich ein bisschen ausholen. Und zwar, wir haben einfach diese Energiewende jetzt die letzten Jahre gehabt. Wurde ja von allen gefordert. Und in der Energiewende ist halt zum Beispiel mit drinnen, dass wir Kohlekraftwerke und Atom abschalten und die zum Großteil durch Gaskraftwerke ersetzen. Und Gaskraftwerke haben die unangenehme Eigenschaft, die brauchen Gas. Und Gas, du weißt ja selber, haben wir momentan eher zu wenig zur Verfügung. Und deswegen steigt momentan die Gefahr für ein Blackout. Aufgrund dessen, dass wir vielleicht die Gasverstromung einstellen müssen. Und dann reicht es mit den anderen Kraftwerken nicht mehr. Ist natürlich die Gefahr vom Blackout wesentlich höher, als die noch vor zwei Jahren zum Beispiel war. Das merkt man, wenn man sich die Netz zum Beispiel anschaut. Diese sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Also die Maßnahmen, die unser Netz stabil halten. Die waren es im Jahr 2000, waren das drei bis sechs. Und im letzten Jahr waren es 8600 Mal, mussten wir ins Stromnetz eingreifen. Und ich kann uns alle gratulieren. Vor vier Wochen haben wir die Zehntausender Marke für dieses Jahr geknackt. Das heißt, wir haben offiziell das instabilste Stromnetz aller Zeiten. Wahnsinn. Ja, es ist absurd. Die Ursache dafür ist natürlich auf der einen Seite die Energiekrise, die wir erleben. Die Sanktionen gegen einen unserer Hauptlieferanten. Aber es hat ja wahrscheinlich auch noch andere Gründe. Also ist es tatsächlich die Energiewende, der Atomausstieg. Wo siehst du die Grundprobleme? Also wenn ich jetzt einfach mal zurückgehe, zum Beispiel ins Jahr 2015. Da haben wir im Schnitt im September 1 Gigawatt an Gas verstromt. Das heißt, hätte man da kein Gas nicht, das hätte man mit anderen Mitteln locker überbrückt. Im letzten September haben wir teilweise 10 bis 12 Gigawatt braucht. Jetzt im Moment, gerade diese Woche, haben wir bis zu 13 Gigawatt an Gas verstromt. Das ist 25 Prozent von dem, was wir brauchen teilweise oder sogar noch mehr. Und das ist natürlich, das heißt 2015 hätte uns das nicht so viel ausgemacht. Jetzt rein vom Stromnetz her, wie das natürlich jetzt der Fall ist. Das kommt natürlich durch die Energiewende. Und uns fehlen halt einfach die Speicher, dass wir sagen, wenn wir mal zu viel Windstrom haben, zu viel Sonne, dass wir das halt wieder abspeichern und dann hernehmen, wenn wir zu wenig haben. Und da wurde halt, also das liegt nicht an der Energiewende selber, sondern es liegt an der Art, wie man die Energiewende angepackt hat. Und das war halt leider ein Fehler. Also ich habe ja 2019 schon ein Video gemacht, dass es zum Blackout-Gefahr im Frühjahr 2023 sich massiv erhöht. Und da war vom Gasproblem noch gar keine Rede. Das kommt jetzt on top dazu. Also gehst du davon aus, dass wir im Frühjahr 2023 im Dunkeln sitzen? Also im Dunkeln vermutlich ja, zu sogenannten Abschaltungen ist meines Erachtens. Wenn einfach, wenn die Gaskraftwerke nicht mehr funktionieren, weil wir kein Gas mehr verstromen, dann müssen wir Teile Deutschlands abschalten. Vielleicht so nach dem Prinzip wie die Schweizer Regierung, das im Juni schon die Bürger mitgeteilt hat. Du hast dann, es gibt verschiedene Modelle. Ein Modell war, du hast vier Stunden Strom, vier Stunden hast keinen Strom, vier Stunden hast Strom. Und so immer im Wechsel. Könnte natürlich auch für Deutschland eine Möglichkeit sein. Wir werden es also sehen. Das heißt, dunkel wird es meines Erachtens auf alle Fälle. Und daraus kann natürlich auch ein Blackout entstehen, weil immer wenn du am Netz so rumfuscht und dann vielleicht wieder ganze Gebiete ans Netz bringst, dann läuft jeder Kühlschrank, jede Wärmepumpe läuft, jedes E-Auto läuft, jede Maschine, jedes Licht, alles was nicht ausgeschaltet worden ist, läuft gleichzeitig wieder los. Und dann verbrauchst du natürlich teilweise das Vier- bis zum Zehnfachen an Strom wie normal. Und da könnten halt dann die Sicherungen fliegen. Okay. Das klingt jetzt nach Rationierung. Das klingt ein bisschen nach Sozialismus, DDR und so weiter. Also wie konnte es so weit kommen, Stefan? Ich meine, wir sind eigentlich mal Exportweltmeister gewesen, auch Fußballweltmeister. Und jetzt reden wir über Stromausfälle, Blackout, Wärmehallen, Deindustrialisierung. Ja, wir haben eigentlich die sicheren Energiequellen, die wir hatten, haben wir abgebaut. Also Kohlekraftwerke, Atomausstieg, wo wir sicherlich die sichersten Atomkraftwerke der Welt haben. Also was ist da deine Analyse? Also ist es wirklich nur eine falsche Politik oder war das dann irgendwie Ideologie oder was machst du daraus? Also ich würde eher, ja, Ideologie und daraus die falsche Politik, würde ich sagen. Weil einfach zum Beispiel dieses Thema Speicher. Es war ja vor zehn Jahren schon bekannt, dass wenn du mal viel Wind hast und mal wenig und du das nicht irgendwie zwischenspeichern kannst, dass das nicht funktionieren kann. Ich meine, wir haben in manchen Wochen haben wir aus Wind und Solar mal zwei Gigawatt und mal haben wir 50 Gigawatt. Ja, wie will ich damit ein vernünftiges Stromnetz aufbauen, wenn ich nicht diesen zu vielen Strom speichern kann? Und hier wurde also schon vor vielen, vielen Jahren der Fehler gemacht, dass eher Speicher abgebaut wurden als wie zugebaut. So zum Vergleich, die kleine Schweiz hat 8500 Gigawattstunden an Speicher, Deutschland hat 40. Also nicht 4000, nicht 400, 40 gegen 8500 von den Schweizer. Ja, und das ist unser großes Problem. Die Schweizer haben ja vor allem Wasserspeicher, ne? Genau. Genau. Das ist bei uns jetzt ein bisschen schwierig. Das geht bei dir im schönen Bayern, im Allgäu und so weiter, aber natürlich auf dem flachen Land ein bisschen problematisch. Wird schwierig. Ja, wird schwierig, aber Fakt ist, also es gibt einfach auch keine wirklichen technologischen Fortschritte bezüglich der Speicherung für Länder wie jetzt zum Beispiel Deutschland, Niederlande oder auch Frankreich. Und die Wasserkraftwerke sehen auch nicht wirklich schön aus, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, aber ich kenne die von Island, von den Fähreninseln, von Norwegen und so weiter. Die ist natürlich hocheffizient und wirklich gut und praktisch. Aber gibt es denn in den nächsten Jahren deiner Ansicht nach die Möglichkeiten, dass wir die erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind tatsächlich speichern können? Oder wird es noch Jahrzehnte dauern? Da bist du ja auch der Fachmann. Also es wird mit Sicherheit noch viel Zeit ins Land gehen. Die Möglichkeit, die am sinnvollsten wahrscheinlich ist, umzuwandeln, also Power-to-Gas nennt sich das ja, in Gas umzuwandeln und dann halt wieder über Gaskraftwerke zu verstromen. Das ist ja auch das, was man versuchen möchte. Nur leider hat man vergessen, dass man diese Power-to-Gaskraftwerke auch baut, die quasi dann eben den zu viel Strom in Gas umwandeln. Wir haben zwar Gaskraftwerke gebaut, die quasi wieder das Gas verstromen könnten, aber den zweiten Part haben wir halt leider nicht gebaut. Rechnet sich halt vermutlicherweise nicht. Und das ist halt das, wo wir vielleicht jetzt eine Hoffnung draufsetzen können, weil wir ja doch relativ große Gasspeicher haben. Auch wenn wir die, wie man jetzt gerade sieht, leider anderweitig brauchen. Also insofern ist das vielleicht gar nicht mehr die Option für die Zukunft. Was wäre dein Rat an die Politik jetzt, was die jetzt sofort umsetzen sollten, damit wir jetzt nicht in einem Blackout laufen? Also ich würde auf alle Fälle sagen, die Atomkraftwerke mal für die mindestens Nummer 5, vielleicht sogar bis ins Jahr 2030 weiterlaufen lassen. Eventuell sogar die letzten drei wieder reaktivieren, wenn das noch möglich ist, das weiß ich nicht. Und natürlich auch die Kohlekraftwerke vorerst mal für mehrere Jahre weiterlaufen lassen, bis wir uns langsam aus dieser Gaskrise wieder rausgearbeitet haben. Aber das dauert einfach nur 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dann können wir mal drüber reden. Wir müssen halt jetzt einfach mal einen Cut machen, Stopp, bis hierher und nicht weiter, damit die Energiesicherheit, die wir einfach brauchen, damit die Energie da ist. Weil wir haben einen Wirtschaftsstandort und ohne Energie funktioniert dieser nicht. Da sind wir Brüder im Geist. Das Gleiche habe ich auch gefordert auf meinem Blog, natürlich auch im Artikel, der bei Fokus veröffentlicht wurde, dass wir jetzt einfach Pragmatismus über Dogmatismus und über Ideologie stellen, dass wir einfach die Versorgungssicherheit und damit auch den sozialen Frieden hier im Land oder auch den Wohlstand schützen. Weil wir sehen ja schon, dass die ersten Unternehmen tatsächlich überlegen, abzuwandern. Also eine Art Deindustrialisierung, weil hier keine Energiesicherheit mehr gegeben ist. Und wie gesagt, Energie geht immer Hand in Hand mit Wohlstand eines Landes. Und das vergessen leider viele Politiker. Wie wahrscheinlich siehst du denn, dass die Politiker dich hören? Also ich weiß, dass mich manche tatsächlich hören, weil ich schon mit einigen gesprochen habe. Nur leider haben die nicht viel zu sagen, sagen wir es mal so. Und an die Großen kommst du ja leider nicht ran. Deswegen versuche ich halt möglichst viele Leute, dieses Thema mitzuteilen in Vorträge, in meinen Videos. Irgendwann schlägt sich das vielleicht mal durch und dann kommt halt vielleicht mal der kleine Politiker zum Großen und sagt, du Spätsi, so geht es nicht. Das ist so meine Hoffnung immer noch, weil ich hoffe ja immer noch, dass wir diesen Kelch, dass wir den abwenden können. Und wenn nicht, dann schaue ich halt, dass möglichst viele Leute vorbereitet sind auf zum Beispiel seine Abschaltungen oder vielleicht sogar dann auf den Blackout. Weil die Wahrscheinlichkeit ist leider mittlerweile mehr als hoch. Also das österreichische Bundesheer geht ja von fast 100 Prozent aus. So pessimistisch bin ich gar nicht. Was sagt das bayerische Herr? Hä? Was sagt das bayerische Herr? Ja, ich sage mal, keine Ahnung. Also auf alle Fälle 100 Prozent ist mir jetzt zu hoch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Ja, klar, das kann sein. Aber noch einen schönen Zusatz zu, hat auch ein Bayer gesagt, und zwar der Horst Seehofer. Der hat gesagt, diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Vielleicht ist da ja wirklich was dran. Und ich kann dir eins versichern, auch mein Kanal wird von einigen auch bekannten Politikern angeschaut. Vielleicht erreichen wir ja jemanden in diesem Sinne. Wenn jetzt jemand schon mal hier von denen zuschaut, dann bitte aktiv werden und wirklich wieder den Kopf einschalten, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, jetzt natürlich die Frage, weil du ja die Arbeit schon machst, du hast die Vorarbeit geliefert. Auch ich versuche mit Videos zu Blackout. Die könnt ihr gerne auch bei mir in der Playlist sehen. Und wie gesagt, gerne auch ein Abo dalassen bei Stefan als auch bei mir im Kanal. Und Glocke aktivieren, damit ihr immer wieder informiert werdet, sobald ein Video von Stefan oder mir online geht. Dann seid ihr immer top aktuell informiert und habt ein Rendezvous mit uns beiden. Aber was glaubst du denn, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn tatsächlich auf so einen Stromausfall oder auf einen Blackout vorbereitet? Also es gab so Umfragen früher mal, so 2006, da waren es so circa 15 Prozent. Aktuell denke ich, dass es etwas mehr haben. Ich bin also dieser Frage jetzt letzte Woche mit RTL nachgegangen. Ich war also mit einer Reporterin in München unterwegs und wir haben von Haus zu Haus gegangen und haben einfach geklingelt und mal gefragt, seid ihr auf einen Blackout vorbereitet oder nicht. Das kommt demnächst auf Explosiv, glaube ich, nennt sich das, RTL und im Mittagsmagazin. Passen Sie zum Thema. Ja. Also von dem her, das war für mich hochspannend und ich würde jetzt mal schätzen, dass vielleicht mittlerweile, also die letzten Umfragen waren bis zu 30 Prozent. Die Frage ist halt immer, wie schätzt derjenige das ein? Mancher sagt, ich habe jetzt drei Dosen Ravioli daheim und damit bin ich vorbereitet. So leicht ist es leider nicht. Ich habe aber auch andere Fälle gehabt, die gesagt haben, ich bin nicht vorbereitet und dann gehst du in diesen Vorratskeller rein und denkst dir, okay, da könnte ich jetzt also locker fünf Wochen aushalten, ohne Probleme. Insofern ist das schwierig zu sagen, aber ich denke mir, dass 70 Prozent mit Sicherheit unvorbereitet sind. Auf dem Land haben wir mehr vorbereitet, aber in der Stadt, ich war bei Sat.1 Frühstücksfernsehen und da haben wir die Umfrage gemacht, wer eine Taschenlampe hat. Also so ganz was Einfaches, außer der Moderatorin, keiner in diesem ganzen Fernsehteam in Berlin. Keiner hat ja Taschenlampe, was Simples. Ja, wir sind leider ein bisschen abhängig geworden von dem System, ich nenne es immer ein bisschen Wohlstandsverwahrlost und man wägt sich in Sicherheit, weil man ist es ja gewohnt, dass 24-7 vor allem in den Städten alles offen hat. Im Notfall gehe ich halt an die Tanke und hole mir da Playboy, Dosen Ravioli, Toastbrot und vielleicht noch eine Vibe, um zu chillen und alles ist gut und die Zeiten könnten sich auch ganz schnell umdrehen. Also man hat es sich zu bequem gemacht in diesem Netz des Wohlstandes, in der Konsumgesellschaft, weil alles ständig verfügbar ist und das darf man halt nicht als Garantie nehmen. Es kann schnell auch umkippen. Wir haben gesehen, wie schnell ein Lockdown kam. Wir haben gesehen, wie schnell Klopapier ausverkauft war. Ja, dahin geht natürlich auch die Frage, was sind denn die wichtigsten Dinge, die man haben sollte, die jeder Zuschauer, jeder Abonnent von uns besitzen sollte und ja, was redest du den Zuschauern? Also was zum Beispiel sehr wichtig ist, dazu muss man wissen, dass auch unser Wasserversorgen funktioniert mit Strom, weil die werden in der Regel hochgepumpt, dann zum Reinigen, zum Regeln, du brauchst für alles Strom und das bedeutet, dass irgendwann aus dem Wasserhang kein Wasser mehr kommt. Das heißt, in dem Moment muss ich dann für mich selber sorgen können, gerade diese Fraktion, die den Sprudler zum Beispiel hat, die haben ja gar kein Wasser mehr daheim und deswegen ist Wasser für mich das Wichtigste, also mal mindestens 2, 2,5 Liter, 3 Liter pro Tag, für Minimum 10 bis 14 Tage würde ich mal mindestens empfehlen, pro Person so viel daheim zu haben. Wie man das dann lagert, wenn man das in Kanister lagert oder eben die normalen Wasserkästen gekauft oder diese Sixpacks, was es im Supermarkt gibt, das kostet ja nicht viel Geld, aber das ist für mich mit das Wichtigste, weil wir halt einfach sonst verdursten und das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben es in Venezuela gesehen, dort hatten die 6 Tage Blackout und da gibt es ein Bild von diesem Stadtfluss und da ist unser rein absolut sauberstes Wasser dagegen und die Leute haben aus diesem Stadtfluss getrunken in ihrer Verzweiflung und da wärst du natürlich krank, kriegst Durchfall, sonstiges und das verschlimmert das Ganze und da sind auch einige gestorben daran. Da merkt man mal, wie schnell man verzweifelt ist, weil man nichts mehr zum Trinken hat, was für uns alltäglich ist. Ich hab Durst, gelang ich daher und hab was. Und das ist dann halt auf einmal weg. Ja, das sehe ich genauso. Es gibt die Maslow'sche Bedarfspyramide und da sieht man ja ganz wichtig sind natürlich die Sachen, die man grundsätzlich braucht zur Lebenserhaltung, ist natürlich Wasser. Und wir können zwei Wochen lang ohne Essen auskommen, aber halt nur zwei, drei Tage ohne Wasser, dann kippen wir um und sind tot. Wir kennen ja alle die Bilder von irgendwelchen Gurus, die seit 20 Jahren in irgendeiner Höhle leben und nichts essen, sondern sich von Sonne ernähren, von Licht und Liebe, so wie wir beide und dann halt ab und zu mal ein bisschen Wasser trinken. Und dahingehend, ich werde unten auch mal den Link zum Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz verlinken. Da gibt es eine Broschüre, auch die empfiehlt für 10, 14 Tage Lebensmittel und auch Wasser und so weiter vorrätig zu halten. Die machen seit einigen Wochen auch massiv Werbung, was natürlich auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass der Politik bewusst ist, dass da was auf uns zukommt. Das muss ja nicht mal ein Blackout sein. Es kann ja auch sein, irgendwie Angriff auf kritische Infrastruktur oder der Russe steht am Rhein oder whatever. Ja, kann ja alles sein heutzutage. Und dahingehend sollte jeder tatsächlich diese Broschüre mal kostenlos runterladen. Ich werde auch weitere wichtige und gute, wertvolle Tipps unten verlinken, was man besitzen sollte, gibt es ja von bis, also Taschenlampe hast du schon erwähnt, aber was wäre nach dem Wasser noch wichtig deiner Ansicht nach und nachdem wir damit... Also ein weiterer Punkt, der leider von vielen unterschätzt wird, ich habe ja keine Kommunikationsmöglichkeiten. In dem Moment, wo der Stromausfall geht, meine Fritzbox nicht mehr, das heißt bei mir ist Internet-Telefon tot. Das Handy-Masten haben die meisten für so 20 Minuten Notstrom versorgt, in manchen Städten ja etwas länger, da haben die aber dann auch schnell überlastet. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit mehr zum Beispiel einen Notruf abzusetzen. Sprich, wenn ich jetzt zum Autounfall komme, was ja passieren kann, weil die Ampeln ja nicht funktionieren ohne Strom oder ich bin selber verwickelt und mein Liebster neben mir ist vielleicht gerade schwer verletzt. Also Erste-Hilfe ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, dass man hier mal wieder einen Kurs macht. Wann war dein letzter Erste-Hilfe-Kurs? Ja, zum Führerschein tatsächlich mit 18, aber wir haben jetzt... Ganz oft jetzt. Kein Spaß, kein Spaß. Wir haben jetzt im Team überlegt, ob wir sowas machen, um es wieder aufzufrischen. Ja, dahingehend tatsächlich... Ich mache seit... Zehn Jahre her. Seit 30 Jahren mache ich jeden Jahr einen. Ich könnte ihn wahrscheinlich mittlerweile selber halten. Ich mache ihn trotzdem und ich stelle jetzt mal wieder fest, ach, das hast du wieder vergessen, das hast du vergessen. Also Erste-Hilfe-Kurs und natürlich, dass man zum Beispiel so einen Verbandskasten daheim hat. Ich empfehle die für das Büro, da ist noch ein bisschen mehr drin, gerade wenn man sich die Augen verletzt. Und man sollte halt mit den Sachen umgehen können. Also das ist tatsächlich was, was viele unterschätzen. Und den nächsten Punkt, den hast du schon gesagt, das ist Licht. Ja. Wir unterschätzen vollkommen, wie wir auf Licht angewiesen sind. Ja. Stell dir einfach mal vor, du bist daheim, das Licht ist aus, es geht kein Radio, es geht kein Fernseher, es geht kein Handy, es geht kein Computer, es geht gar nichts. Es ist Totenstille. Ich garantiere dir eins, du hörst Geräusche, die du dein Leben lang noch nie gehört hast. Ja. Ernsthaft jetzt. Und dann stell dir vor, draußen raschelt es. Und dann geht es hier los. Und dann langsam, dann machst du dir irgendwelche Gedanken, oh, da stehen jetzt zehn Leute draußen, die wollen mich überfallen. Und da weiß es vielleicht nur die Nachbarskatze. Und wenn ich da nicht eine vernünftige Taschenlampe daher habe, wo ich halt dann vielleicht mal aufs Knöpferle drücke und dann sehe ich halt, was im Umkreis von 200 Metern ist. Und dann sehe ich halt die Nachbarskatze, dann bin ich beruhigt. Und der andere versucht halt mit seinem Kerzenlichtchen da zu schauen. Also Licht ist tatsächlich Pflicht, sage ich immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Darf man nicht unterschätzen. Ja. Was auch noch wichtig ist. Ja. Ja, mach mal. Nee, sag du, bitte. Ja, mach noch weiter. Dann brauche ich nicht zu viel labern. Nee, nee, bitte. Deswegen bist du da. Ich soll nicht zu viel labern. Du musst labern. Los, weg, los, Stefan. Der nächste Punkt ist zum Beispiel auch Wärme. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zu wenig Gas in diesem Winter haben. Das heißt, ich habe ja dann vor kurzem ein Video bei mir gemacht, wo ich mir hochgerechnet habe, wie schaut es denn aus, weil die Bundesnetzagentur hat ja jetzt neue Sachen rausgeholt, was quasi dann heißt, wir sind safe. Ich habe das also mal nachgerechnet und muss sagen, die fünf Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, ob wir die tatsächlich schaffen, wage ich stark zu bezweifeln. Das heißt, es kann auch sein, dass eben dann das Gas abgestellt wird und es gibt zwei Arten, Gas abzustellen. Die Dumme, das wäre einfach das Gas abzudrehen. Was wird passieren? Die ganzen Gasthermen gehen in einen Notbetrieb und müssen dann vom Techniker per Hand wieder eingeschaltet haben. Man hat also mal eine Erhebung gemacht, allein in München würde das zwei Monate dauern, bis alle Gasthermen wieder funktionieren. Das wird keiner mitmachen. Das heißt, was macht man? Man schaltet in einem gewissen Gebiet einfach den Strom ab. Damit gehen die Gasthermen nicht mehr. Leider gehen natürlich auch die Ölheizungen, die Pelletheizungen, was auch immer, funktionieren dann nicht mehr, halt stundenweise. Dass man sagt, ich stelle stundenweise ab. Nach einigen Stunden die nächsten dann. Aber wenn die wieder anlaufen, laufen halt auch die Gasthermen wieder. Und darauf müssen wir uns halt einstellen. Darum sage ich so ein kleiner, so wie hier, irgendein kleiner Gasofen ist zum Beispiel nicht schlecht. Oder Petroleum oder whatever. Dass man sich halt warm auf den Schlafsack, vielleicht ein Zelt in der Wohnung aufbauen. Nur bitte keine Hering verwenden. Das gibt immer so grausige Löcher. Ja, ja. Auch kein Feuer bitte in Innenräumen starten. Da gibt es ja alles. Genau. Wichtiger Punkt. Ja, wichtig, wichtig. Also teilweise ist ja die Weltfremdheit der Bürger doch teilweise sehr beeindruckend. Weil teilweise wird es tatsächlich... Also ich habe... O-Ton, ich habe da eine E-Mail bekommen von jemandem, der hat eine Feuerschale praktisch in sein Wohnzimmer gestellt. Weil er dachte, das wird auch eine gute Heizquelle. Und was soll ich sagen? Ja, ging natürlich ein bisschen schief. Hat er dann geschrieben. Keine gute Idee. Gut. Ich dachte erst mal Satire. Wenn er so schreiben kann, ist es ja gut. Aber es gibt ja auch andere, die können da nicht mehr schreiben, weil die da nicht warten sind. Ja, leider. Das ist tatsächlich so. Also wie gesagt, von dem her ist der Vorteil, wie du es gesagt hast, dieses Büchlein, da ist eben so eine Checkliste mit drin. Genau das, ja. Was man alles machen soll. Und das ist die für Anfänger, wie ich immer sage. Ja. Da geht es zum Beispiel darum, die sagen, du sollst für 10 Tage Vorrat haben. Dann war ich ja beim BBK, bin ja dort öfters. Dann habe ich gefragt, warum eigentlich nur noch 10 Tage? Früher waren es 14 Tage. Weißt du, was die Antwort war? Nee, es ist nicht so. Original, ja, 14 Tage waren die meisten zu lang und zu viel. Dann haben sie gar nicht vorgesagt, deswegen haben wir es auf 10 Tage verkürzt. Shit, ja. Das ist der ganze Hintergrund. Und es gibt eben von mir eine Checkliste auf meiner Seite kostenlos zum Download. Die quasi ist die fortgeschrittene Variante von dem Ganzen. Weil ich einfach zum Beispiel sage, man sollte sich mal für mindestens drei Wochen vorbereiten. Weil Blackout dauert vielleicht nur 4, 5, 6 Tage. Ja, gerne. Aber danach dann, bis das alles wieder zum Laufen kommt, bis die Lastwägen wieder zum Fahren kommen, weil die vielleicht ohne Sprit irgendwo auf der Autobahn rumstehen, bis du den Fahrer wieder irgendwo auftreibst, das kann natürlich dauern. Und deswegen sage ich, mindestens drei Wochen vorbereiten, dann ist man relativ gut geschützt. Ja, sehe ich genauso. Also ich mache ja in der Honorarberatung schon seit über zehn Jahren diese Vorsorgeberatung. Das heißt, ich sage den Leuten, ich gebe ihnen das Heftchen in die Hand und ich sage, Leute, ich habe es live erlebt in Argentinien. Und klar, das war ein Staatsbankrott, aber es kann ja, wie gesagt, der Euro kann umkippen. Wir können einen Sonnensturm sehen oder Polarsprung oder die Aliens landen. Und da bist du einfach froh, wenn du für längere Zeit gut versorgt bist. Und dann merkst du ja auch, dann kommen wahrscheinlich auch all die Verwandten, die halt nicht vorgesorgt haben. Die kommen vielleicht vorbei und sagen, hey, Stefan, hast du mir auch was zu knabbern? Beziehungsweise vielleicht willst du den Nachbarn auch noch irgendwie mit ins Boot nehmen, bevor sie dir irgendwie einen Baseballschläger über den Kopf ziehen und so weiter. Deswegen vielleicht auch ein bisschen mitdenken für die anderen, die halt nicht Vorsorge gemacht haben. Und dann hat man auch bei denen Steine im Brett später. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass dann Lebensmittel oder Tauschartikel tatsächlich auch Währungen sind. Weil zum Beispiel in Argentinien Bankautomaten waren einfach abgestellt. Der Peso war wertlos. Und natürlich, was hatte Wert? Was zu essen. Ich meine, ich habe Leute gesehen, die haben für 100 Dollar ihre goldene Rolex verkauft. Die haben für ein Brot, hätten die alles gemacht. Und die Erzählung gibt es ja auch noch von unseren Großeltern oder Urgroßeltern, die im Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind, nichts mehr hatten und tatsächlich alles eingetauscht haben. Nach dem Motto Gold gegen Brot oder Schmuck und so weiter. Deswegen ist es wirklich eine Vorsorge in die Zukunft. Und gegessen wird so oder so oder verbraucht. Und dahingehend ist es ein gutes Investment, um Autarkie zu haben, um Vorsprung zu haben. Und deswegen sollte jeder für meiner Ansicht nach sogar vielleicht für vier Wochen Vorräte haben. Auch wir haben da natürlich Listen. Aber ich würde deine gerne verlinken und auch deine Webseite sowieso. Und ja, Leute, werdet einfach aktiv, weil umso mehr Menschen da draußen vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es ja für alle ab. Und man muss nicht Angst haben, dass man jemandem was wegkauft. Weil das kommt ja oft, ne? Nach dem Motto, Prepper sind irgendwie unsolidarisch oder Narzissten und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Die helfen eigentlich der Gesellschaft, weil dann kann man dann in der Not auch den anderen helfen, wenn man noch versorgt ist. Ich sehe es ja immer aus der anderen Seite. Ich bin ja beim THW ehrenamtlicher Helfer. Das heißt, in so einem Fall wäre ich ja im Einsatz draußen. Und ich glaube, das Schlimmste für mich wäre tatsächlich, wenn irgendwann nach drei, vier Tagen so eine Mutter mit zwei kleinen Kindern kommt und sagt, sie möchte was zum Essen. Und wir haben ja nichts zu verteilen. Also was soll ich dir geben? Das ist, glaube ich, so das Szenario, vor dem ich mich am meisten fürchte beim Blackout. Und deswegen bin ich heilfroh über jeden, der vorgesagt hat. Weil einfach der, wenn er nur für zehn Tage vorgesagt hat, dann haben mir Hilfskräfte zehn Tage Zeit, wieder eine Notversorgung aufzubauen. Und das ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Absolut unsolidarisch ist der, der nicht vorbereitet ist, weil der dann die anderen auf der Tasche legt und uns Hilfskräfte natürlich massivst in Bedrängnis bringt, weil er von uns was haben will und wir haben halt nichts. Genau. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Super. Das ist ein wertvoller Hinweis, weil oft kommt ja diese Kritik nach dem Motto, Prepper unsolidarisch und so weiter denken nur an sich. Ich sehe es genauso wie du, ganz im Gegenteil. Es entlastet das System, es entlastet die Hilfskräfte und so weiter. Und ich meine, früher wurde man ja sogar gebranntmarkt als Prepper. Da war man ja sofort irgendwie in irgendwelchen komischen Gefilden, wurde in irgendwelche Schubladen nach rechts geschoben. Aber wie gesagt, dann war meine Oma auch so, weil die hat schon immer einen Vorratskeller gehabt, hat eingemacht, Marmelade produziert, weil sie einfach wusste, sorge gut vor in guten Zeiten für schlechte Zeiten. Und das ist ja, wie gesagt, eine alte Bauernregel, die seit Hunderten von Jahren ja immer wieder so gehandhabt wurde. Es gab Gewölbekeller, Vorratskeller, Mulden und so weiter. Oder das macht die Menschheit eigentlich seit jeher für schlechte Zeiten vorzubereiten, wie so ein Eichhörnchen. Da bin ich ganz bei dir. Du, ich meine, du kennst den Herbert bestimmt auch, Herbert Zauruck, der war ja bei mir auch schon im Kanal. Genau. Und die Quindios findet ihr hier von ihm. Die sind auch sehr sehenswert. Und bei meinem letzten Gespräch hat er gemeint, dass nach 72 Stunden Stromausfall die Situation natürlich sehr, sehr kritisch wird. Da dann ganze IT-Systeme ausfallen und die industrielle Tierhaltung in Notgerät, aber auch Gewächshäuser etc. Und dann das wieder anzuschmeißen, das wäre dann tatsächlich ein Problem. Es würde vielleicht Wochen oder gar Monate dauern, bis wieder alles dann normal laufen würde. Siehst du das auch so? Wie ist da deine Einschätzung? Reichen da dann überhaupt die zwei Wochen Vorsorge oder vier Wochen Vorsorge, die du vorschlägst? Also Herbert hat in dem Fall vollkommen recht. Es ist ja noch ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf. Gerade wenn das jetzt wirklich... Also mit jedem Tag, wo es länger geht, ist das, wo es hinten raus länger dauert, steigert sich exponentiell. Aus dem ganz einfachen Grund, du musst dir überlegen, vielleicht nach drei, vier Tagen kommt da überhaupt so der Feuerwehrler oder der THWler oder die Krankenschwester, die Pflegekraft in die Arbeit? Oder muss die nicht vielleicht bei ihrer Familie daheimbleiben und schauen, dass die was zum Essen hat, was zum Trinken? Das sind so Sachen, an die die wenigsten denken. Und desto länger dauert er, weil auch der Netzwerktechniker hat ja eine Familie daheim. Und was ist, wenn der nicht mehr in die Arbeit kommt? Dann kann sich das ewig hinziehen, theoretischer Blackout, sage ich jetzt mal. Und deswegen sage ich mal, mindestens drei Wochen, man geht in Deutschland davon aus, dass wir nach drei bis zehn Tagen Strom haben. Also manche schon nach drei Tagen, manche erst nach zehn Tagen. Und dann wird wieder Versorgung langsam aufgebaut. Und dann ist es halt gut, wenn ich länger vorgesagt habe, weil vielleicht gibt es Nudeln, aber es gibt keine Soße dazu. Und dann ist es gut, wenn ich in meinem Vorratskeller Soße dazu habe. Also so, dass ich quasi mit meinen eigenen Vorräten das strecke, was es dann noch gibt. Oder vielleicht haben andere gar nichts, den ich dann in dem Vorzug lassen. So viel zum Thema Prepper sind auch sozial, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Weil ich kann dann vielleicht irgendein anderem meine Portion anbieten, weil ich selber noch genug habe. Also wie gesagt, ich habe gesagt, mindestens drei Wochen sollte man sich vorbereiten. Ich könnte wesentlich länger durchhalten. Sehr gut. Ich kann Wasser machen für die ganze Straße, wenn es sein muss, aus die Bäche, aus der Umgebung, ich habe Wasserfilter. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Nur wie gesagt, desto länger das Ganze dauert, desto dramatischer wird es. Also diese Phase 3, wie ich die nenne, da werden wir auch die ersten Toten sehen leider. Zum Beispiel so Dialyse-Patienten, Leute, die auf Sauerstoff angewiesen sind. Die Dialyse-Zentren sind nicht notstromversorgt. Die Krankenhäuser, die meisten, also 20 Prozent nur für wenige Stunden und die meisten so für 24 Stunden Notstromversorgt und danach bricht alles zusammen. Die Arztpraxen können nicht öffnen ohne Strom. Und dann hast du natürlich gerade die ganzen, die im Pflegeheim sind, die im Altenheim sind, die im Krankenhaus sind. Da kann ich jedem noch empfehlen, wenn es ihr dort Angehörige habt und das funktioniert irgendwie, holst du die heim. Du weißt nicht, ob die Krankenschwester am dritten Tag noch so viel Sprit im Auto hat, weil die Tankstellen sind ja dicht, dass die nun mal zum Dienst kommt. Das weiß keiner. Die Klospülung funktioniert ja nicht. Machen wir ein Krankenhaus ohne Klospülung, da kannst du dich mal desinfizieren. Ne, sehe ich teilweise genauso. Ich habe es ja, wie gesagt, live in Argentinien erlebt. Die Leute sind ja nicht zur Arbeit gegangen, weil sie erst mal geguckt haben, was passiert überhaupt und sie nach sich selbst geschaut haben und sich in Sicherheit gebracht haben und sich versorgt haben und nach den Liebsten geschaut und so weiter. Und wenn dann halt, was ich, kein Fluglotse oder kein Ingenieur zu den Stadtwerken geht, dann kommt dann nach zwei, drei Tagen, irgendwie sogar früher damals, schwarzes Wasser oder braunes Wasser aus den Leitungen, wenn überhaupt noch. Also dahingehend, tatsächlich, das kann ich unterstreichen, das ist wirklich so, weil in so einer Notsituation denkt jeder erst mal an sich und vielleicht auch einiges sind dann kopflos und es läuft dann erst mal chaotisch ab. Aber jetzt mal eine andere Frage, ich meine, seit Monaten, seit Wochen werden wir damit konfrontiert mit, ja, eventuell kommt ein Blackout, die Bundesregierung rät, dass man sich Vorräte anschafft, wir sehen die Werbung sogar teilweise und so weiter mit auf Plakaten. Meinst du nicht, dass jetzt in der Zwischenzeit in den Ministerien, in den Behörden, in den Gemeinden, bei den THWs oder bei den Feuerwehren genug Vorsorge betrieben wurde, dass es vielleicht gar nicht erst so schlimm kommt oder wenn es tatsächlich zu vielleicht partiellen Stromausfällen kommt oder Blackouts kommt, dass dann das relativ glimpflich jetzt abläuft, weil man Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten? Ganz klares Nein. Okay. Ganz klares Nein. Warum? Also, weil die Behörden jetzt erst anfangen. Also es gibt teilweise, ich war gestern noch mit dem Vortrag bei einem Feuerwerk halten und in dieser Stadt haben sie schon vor einigen Wochen damit begonnen, haben jetzt zum Beispiel ein Notstromaggregat organisiert für die Wasserversorgung, für die Abwasserversorgung. Die sind jetzt am Beginn. Ganz viele Städte machen noch überhaupt nichts und genauso ist es, alle Hilfsorganisationen sind absolut noch nicht darauf vorbereitet. Die beginnen jetzt langsam mit den Vorbereitungen, aber es ist einfach auch zu spät. Das BBK hat vor kurzem angefragt, ob sie noch irgendwo Notstromaggregate bekommen können. Aber es gibt halt kaum mehr welche. Das ist ja alles ausverkauft. Das ist ja das große Problem. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendwas machen willst, du kriegst das ja fast gar nicht mehr oder nur zu exorbitanten Preisen. Also sich darauf zu verlassen, dass seine Stadt schon vorbereitet ist, das sind, in Österreich sieht das anders aus, die machen das schon seit Jahren, aber in Deutschland beginnt es jetzt erst mal mit der Vorbereitung. Also trotzdem, dass jetzt seit Monaten das Thema ist, jetzt ganz langsam bewegt sich das Ganze. Ich habe es jetzt gesehen, in Rosenheim haben sie mal einen Flyer rausgeschickt, so diese kleine Checkliste. In Drosberg machen sie es die nächsten Tage. Also es wird ganz langsam, dass man die Leute darauf vorbereitet. Bereitet es euch vor, weil wir können euch nicht helfen. Ja, Fakt ist ja, ich meine, der Mensch landet meistens durch Scheitern und viele glauben noch immer, dass hier alles sich zum Guten wendet und dann, wenn es dann soweit ist, dann natürlich Panik ausbricht und wenn Panik ausbricht, dann kann natürlich auch der soziale Frieden in Gefahr sein. Dahingehend natürlich vielleicht ein unangenehmes Thema für viele und auch unschön. Was glaubst du, wie lange würden Unruhen ausbrechen und wenn ja, ja, was redest du denn zu schauen? Also muss man sich jetzt irgendwie eine Armbrust holen oder mit Schwert und Schild rausgehen oder sollte man sich bewaffnen und so weiter? Ja, du lachst, aber ich meine, ich habe das in Argentinien ja auch gesehen, wie schnell dann irgendwie Leute teilweise auch gewalttätig geworden sind, weil sie verzweifelt waren, weil ihre Welt zusammengebrochen ist oder weil sie gemerkt haben, Scheiße, das ist eine Matrix hier oder die Illusion des sicheren Lebens ist vorbei. Ja, also tatsächlich ist das ein großes Problem und da ist eben der Riesenvorteil, ich mache ja eine Krisenvorbereitung, das heißt, ich bin bereit für den Blackout. Wenn es jetzt passieren würde, ich selber, gerade keine Panik, ich weiß erst einmal, was jetzt passiert, was los ist und die, die halt leider nicht vorgesagt haben, die sind die, die Panik kriegen und vor denen, ja, das sind tatsächlich die, vor denen ich am meisten Angst habe beim Blackout, also der Rest wäre alles kein Problem, aber diese Unvorbereiteten sind tatsächlich das große Problem und es kann natürlich sein, dass gerade der Nachbar hat vielleicht kleine Kinder nichts mehr zum Trinken, der kommt beim ersten Tag noch freundlich, du gibst dem vielleicht eine Kleinigkeit, am zweiten Tag denkst du dir oder am dritten, vierten denkst du dir, ob meine Vorräte selber reichen und dann steht der vor der Tür und wenn es dem halt nichts gibt, dann holt er sich es halt mit der Brachialstange. Insofern ist Waffen immer eine Option das Problem und das muss man ganz klipp und klar sagen, jedes Mal, wenn ich mich auf einen Kampf einlasse und wenn es mit einer Hausfrau ist, mit einem Küchenmesser, dann kann es sein, dass ich mich selber schwer verletze und ich habe keine Ärzte in der Nähe, ich habe keinen Notruf zum Senden, ich habe keinen Sanker, der fährt und das Krankenhaus ist nur im Notbetrieb, wenn überhaupt noch. Das heißt, das kann mein Todesurteil sein. Also man sollte jeden Kampf in so einer Situation definitiv vermeiden. Deswegen ist meine Empfehlung, und da kommen wir wieder zu deiner Anbrust zum Beispiel, Show of Force, nennt sich das ja Neudeutsch. Das heißt, dann patrouliere ich halt, sage ich mal, theoretisch auf meinem Balkon mit der Anbrust rum, denn wenn jemand einbrechen will oder plündern und er sieht mich mit der Anbrust auf dem Balkon, dann geht er halt zum Nachbarn, weil er da weniger Widerstand erwartet und keiner will sich so einen Anbrustpfeil einfangen. Also wie gesagt, für diese Themen, Show of Force oder dein Schwertschild, coole Idee, wenn du so draußen rumläufst, damit zeigst du halt Leid, ich werde meine Sachen verteidigen und das kann böse für dich ausgehe. Und wie war der Spruch, du musst nicht schneller laufen wie der Tiger, sondern nur schneller wie der Mann neben dir, dann wird der gefressen. Es ist gnadenlos, aber das ist so das Thema, wo ich sage, okay, wenn man mit sicher eine Sachen dann vielleicht das Ganze verhindert irgendwie. Und ich hätte ja früher nicht gedacht, dass es in Deutschland auf dem Land sowas überhaupt gibt, aber wir hatten das Ahrtal und im Ahrtal waren im Zerzweiten nach bereits Plünderungen im großen Maß, dass sogar in der Pressekonferenz der Polizeipresse der Sprecher gesagt hat, wir müssen die Präsenz massivst erhöhen, weil es zu so vielen Plünderungen kam. Selbst auf dem Land hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und es ist klar, kein Notruf, keine Alarmanlage, jedes Eldorado für jeden Einbrecher, für jeden Typ oder für jeden, der sowas vorhat. Ja, und das darf man auch nicht unterschätzen, es gibt schlechte Menschen da draußen, die nützen dann diese Notsituation tatsächlich aus und suchen ihre Gelegenheit und nützen dann dieses Fenster, Zeitfenster, wenn es dunkel ist, keine Polizei irgendwie kommt und so weiter. Aber auch da, das habe ich auch im Bundesarais eins zu eins erlebt, die ersten Tage waren wirklich chaotisch, aber irgendwann bricht dann das Gute im Menschen hervor, der will dann einfach nur noch überleben, der will dann auch wieder in Harmonie leben, dann hilft man sich auch gegenseitig, also da gibt es auch die Gegenseite, dass Menschen unglaublich hilfsbereit sind in solchen Notsituationen und das letzte Hemd mit einem eigentlich teilen, das habe ich live erlebt, immer wieder und es macht mir immer große Hoffnung, dass der Mensch ja wirklich versucht, sich gegenseitig zu helfen, also wirklich gelebte Nächstenliebe, da sollte man auch die Hoffnung nicht verlieren, aber natürlich gibt es auch Idioten da draußen und Arschlöcher, um es mal auf gut Deutsch runterzubrechen und dagegen sollte man sich dann auch wirklich verteidigen und sich dafür auch wappnen, mit Reizgas, da gibt es legale Sachen, völlig normal kann man die bei Amazon und Co. ordern, um sich dann wie solche Leute auch vom Leib zu halten, ja, also bin ich ganz bei dir und ja, vielleicht wenn man die Leute aufgibt um sich herum, dass man dann auch gar nicht erst in diese Situation kommt, dass sie vielleicht auch ein bisschen aufgeweckt sind und vorbereitet sind, weil Vorsorge ist immer besser als Nachsorge, das gilt nicht nur bei Krebs, sondern auch bei Lebensmitteln und so weiter. Also wie wahrscheinlich hältst du das Szenario, dass wirklich hier dann vielleicht der wütende Mob durch die Straßen im schönen Chiemgau unten am Chiemsee läuft? Also am Chiemsee mache ich mir tatsächlich weniger Sorgen, einfach aus dem Grund, bei uns weiß jeder irgendwo ein Bächlein, wo er raus trinken kann, damit haben wir das Problem schon mal gelöst. Jeder kennt irgendwann einen Bauern, der vielleicht noch Kühe hat, der dann Hilfe braucht zum Melken, wo er dann wieder Milch und Eier vielleicht mit heimnehmen. Wir sind ja hier noch auf dem Land, sage ich jetzt mal. Wenn ich natürlich in so einer Großstadt bin wie Berlin, dann wird es spannend. Also da bin ich relativ sicher, dass nach wenigen Tagen die Hölle los ist. Ja, klar, Städte generell. Also ich kann eigentlich jeden da nur, muss ich ganz klar sagen, wenn ich in Berlin wohnen würde und ich merke, es ist etwas Größeres, ich wäre weg. Ich wäre weg. Das sage ich auch jedem Kunden, wer in einer großen Stadt lebt, sollte jetzt schon überlegen, einfach aufs Land zu ziehen, weil dann hat man einfach schon Abstand und Vorsprung, weil in der Stadt kumuliert sich halt einfach alles. Da muss man einfach dessen Bewusstsein, hat keiner Platz, hat keiner einen Keller, keiner hat irgendwie Vorräte. Man ist halt an dieses schöne Just-in-Time-Leben gewöhnt und ja, ich merke es immer und immer wieder, deswegen tatsächlich der erste Schritt zur Vorsorge ist, eigentlich aufs Land zu ziehen, dann ist man schon ein paar Kilometer weg vom Geschehen. Oder halt irgendwo Verwandtschaft, sonstiges Bekanntschaft haben, wo man dann hingehen kann. Vielleicht ist mit denen so jetzt abreden, dort vielleicht auch Vorräte hinterlegen oder sowas und natürlich immer genug Sprit im Tank, dass man dort auch hinkommt. Ja, immer. Sonst haben wir ein Problem. Genau. Wie ist es denn so mit Vorräte zu haben bezüglich, also klar kann man den Euro haben, aber wenn jetzt der Euro, also wenn man jetzt Bargeld hat und der Euro kippt um, lohnt es sich denn eventuell andere Tauschgegenstände zu haben? Zigaretten sind ja beliebt oder auch über Edelmetalle wird öfters gesprochen, wobei davon halte ich jetzt relativ wenig oder halt, dass man was zum Tauschen hat. Wie siehst du das? Ja, tatsächlich. Also ich habe mehrere Tauschmittel in verschiedenen, das sind zum Beispiel, ich habe einen ganzen Schwung von Taschenlampen. Ich habe ja vorher das Thema Licht angesprochen, spätestens nach der ersten Nacht kann ich die gegen Gold hergeben und das sind so kleine Silberblättchen, da ist jedes ungefähr einen Euro wert, kann man dann zu bezahlen zum Beispiel nutzen. Also ich würde jetzt nicht die großen Silber bringen, da nichts, aber so kleine Sachen, wenn ich dort mit zum Bauern gehe und sage, hey Spätsch, guck mal, Liter Milch gegen so ein Blättchen oder gegen mehrere, ist das mit Sicherheit eine interessante Währung, also oder Schnaps oder sonstiges, also es gibt viele Sachen oder wie gesagt, also Hardware, Wasserfilter werden sehr gefragt, sei Taschenlampen, all diese Sachen kann ich ein gutes Geschäft dann sogar machen, wenn man es mal von der finanziellen Seite sieht. Gut, ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Wie wahrscheinlich siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass es eskalieren sollte bezüglich Einsatz von atomaren Waffen und was kann man da denn überhaupt dann dagegen machen? Atomare Waffen ist natürlich immer so ein Punkt, das Blöde an Atomen ist ja, du siehst sie nicht, du schmeckst sie nicht, du riechst sie nicht. Also ich habe tatsächlich für mein Handy so einen Aufsatz, dass das als Geigerzähler geht und ich habe hier einen da. Eigentlich eher aus einem anderen Prinzip, dass einfach, wenn es zum Beispiel zum Blackout kommt, kann es auch durchaus passieren, dass Atomkraftwerke explodieren. Die Deutschen sind da relativ sicher, da mache ich mir eigentlich fast keine Sorgen, aber so die Französischen, die machen mir da eher Sorgen, die Tschechischen weiß ich nicht, aber die Französischen sind im letzten Stresstest noch halt so alle durchgefallen und ob die jetzt verbessert haben, das weiß ich leider nicht und das könnte natürlich dann passieren und wenn man nicht weiß, dass Strahlung da ist, also habe ich für sowas zumindest meinen Geigerzähler, es gibt ja auch noch diese Tabletten, aber die musst du nach einem ganz speziellen Prinzip einnehmen, die helfen auch nur ganz kurz. Über 45 sollst du die sowieso nicht mehr nehmen, diese Jodtabletten. Aber wie gesagt, die einzige Chance, was du dann hast, ist ab, weg, vollen Tank und in die andere Richtung und weg. Okay, ja, verstehe. Ja, jetzt kommt immer wieder wie öfters die Frage natürlich, wenn du sagst, hier weg und so weiter, ich habe auch ein Video vor kurzem dazu gemacht, zum Thema Auswandern, findet ihr hier unbedingt anschauen. Auswandern ist ja immer beliebter, immer mehr Menschen wollen das Land verlassen lassen, wegen, ja, kein Vertrauen mehr in die Politik, Angst vor Krieg, Inflation, Rekordsteuern, Rekordpreise für Strom und Energie. Wenn wir wissen, wie groß die Gefahr eines Blackouts momentan ist, also sollte man nicht vorübergehend oder temporär nur das Land verlassen, würdest du empfinden, Menschen auszuwandern oder würdest du so wie ich machen, sagen, ich bleibe hier, weil es mein Land ist und so weiter. Also wie ist da dein Stand dazu, zum Thema Auswandern? Also ich sage mal so, wer auf ein Blackout vorbereitet ist, der braucht nicht auswandern, so schlimm. Also wer vorbereitet ist und vielleicht jetzt nicht gerade in Berlin sitzt oder irgend sowas in der Großstadt, es ist immer die Frage, ich werde dann immer gefragt, in welches Land sollte man denn auswandern? Wenn ich jetzt nur mal das Thema Blackout nehme, dann würde ich sagen, ist Österreich tatsächlich ein interessantes Land. Aus dem ganz anderen Grund, die haben sehr viel Wasserkraft und in Österreich wird der Blackout nach ein bis drei Tagen auf alle Fälle beendet sein. Bei uns von drei bis zehn Tagen. Und da kommt jetzt der Vorteil, warum ich nicht auswandere und warum du auch nicht auswandern musst. Denn Bayern und Baden-Württemberg werden von Österreich quasi dann fremd gestartet. Das heißt, wir haben halt mit am Ersten wieder am Netz. Bei mir geht die Leitung ungefähr 20 Kilometer von mir entfernt von Österreich hier rüber. Das heißt, ich bin halt wesentlich schneller wieder dann am Netz, voraussichtlicherweise, als die meisten anderen. Deswegen brauche ich jetzt nicht auswandern zum Thema Blackout. Okay, gut. Ja, sehe ich genauso. Ich würde auch versuchen, hier zu bleiben. Wir hoffen beide, dass es nicht zu weit kommt. Deswegen versuchen wir ja, die Menschen aufzuwecken, dahin zu stoßen, weil umso mehr Menschen vorbereitet sind, umso besser ist es natürlich. Und deswegen versuchen wir ja für diese Themen die Menschen zu sensibilisieren. Deswegen war es jetzt auch so wertvoll, mit dir darüber zu reden. Und ich könnte eigentlich ewig mit dir weiterreden. Aber jetzt haben wir schon wieder 45 Minuten. Ich dachte, wir schaffen es viel kürzer. Aber wir werden natürlich, wenn ihr das natürlich auch wollt, ihr lieben Zuschauer, liebe Abonnenten, werde ich Stefan wieder einladen. Dann lasst mal einen Kommentar da, wie für euch das Video war, ob es genauso viel Mehrwert hatte wie für mich. Unten dann auch viele wertvolle Links, natürlich auch der Link zum Kanal von Stefan. Und ja, dir kann ich nur danken für dein Engagement, für deine Zeit. Und ja, wir müssen es auf jeden Fall wiederholen, dass wir dann nochmal ein Gespräch führen, weil die Themen werden uns leider, leider, leider nicht ausgehen. Dahingehend, Stefan, alles Liebe. Danke. Du bist ja gerne auf meinem Kanal gesehen. Ich komme gerne. Also dann sag schon mal Grüße, kannst schon mal vorbereiten, deine Abonnenten, dass ich vorbeikomme. Machen wir auf jeden Fall was. Dann seht ihr mich bald auch beim Stefan auf dem Kanal. Noch ein weiterer Grund, natürlich auch seinen Kanal zu abonnieren. Und haben wir jetzt irgendwas vergessen in unserem kleinen Plausch oder haben wir jetzt einen guten Rundumschlag gemacht? Fehlt dir irgendwas? das war jetzt ein guter Rundumschlag. Fand ich auch. War super. Und super sympathisch. Und wie gesagt, hat mich gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Und lasst Kommentare da, wie ihr euch vorbereitet, was wir vielleicht vergessen haben, was ihr empfehlen könnt für ein tolles Produkt oder wie auch immer. Und ja, wie euch das Gespräch gefallen hat, teilt das Video kräftig, weil wie gesagt, ich finde es wichtig, dass ihr Multiplikatoren seid. Ich finde es wichtig, dass so viel wie möglich Menschen da draußen damit jetzt sich konfrontiert sehen und auch sich damit beschäftigen. Und ja, lasst ein Abo da wie immer. Bleibt tapfer, bleibt gesund und denkt immer daran, auch wegen Menschen wie Stefan, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir denken. Herzlichst euer Marc und dir viel Spaß und viel Kraft weiterhin, Stefan. Alles Gute, bis bald. Danke. Danke dir. Ciao.